blüchen hallöchen da sind wir wieder so ich glaube wir haben soweit alles geschafft wir haben alle drei auch an bord das dass das 3 oder 4 müsste ich jetzt haben dann fragen wir weiter warten 12 du bist der neue wir haben schlafen okay dann werden wir mal weiter fahren und dann wir mal sehen ob alle wort sind müssen das dunkel ja mal ein neuer fahrt okay wir haben alle drei neuer fahrt was soll das jetzt heißen wir müssen das mal wieder alles neu sammeln das würde ich sagen auch nö ist ja auch wieder da wir sehen ob wir vielleicht auch noch so eine kiste finden so müssen wir gar nichts gesammelt dass wir langsam auch wieder vorankommen so jeden fall haben wir jetzt alle drei so alle drei sind da die sind zwei am quatschen sehr nice so ja hallo klingel fest sammeln also alles ein was wir kriegen können wir kamen bis jetzt noch nicht so nah aber ein bisschen glück so machst du eine glocke ja ich weiß auch noch gar nicht was mir so neu forschen können wir gleich erstmal gucken aber erstmal ein bisschen sammeln was wir sammeln können so was haben wir hier alles dann spiel das von so denkt da hinten ok wir haben hier auch da paar inseln sieht mir aus wie eine pumpgang kommt da kommt das ist die 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 so nur da oben die gefehlt mir ganz gut wir lassen sie ok 20 biostoff ok eigentlich ganz gut so sehr gut können wir das direkt mal ein bisschen ausbessern so ein bisschen ausbessern sehr viel so vorwärts ja aber wo soll man hin hängt wieder was ja schluss mal weglagern alles was geht alles mit lagern ein bisschen aussortieren das können wir hier rein was hier hin chemie müssen wir da nochmal ausbessern machen wir essen essen holz kino 2 zink ok messing stahl das ist nix tun wir hier mal ein bisschen essen rein tun wir hier die schrauben rein das kann eigentlich weg tun wir das hier noch rein was ist das denn pflanzensamen ok gucken wir mal was das ist liegen ok aber irgendwie funktioniert das grad nicht tun wir das mal aufseite so das kann man wegschmeißen so oh was ist das hier oh oh wir haben wieder was ganz wichtiges wegfällt von oh 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 so haben wir essen genug glaub nicht ne ich glaube nicht ja das dürfte reichen müssen wir uns nochmal das brennmittel holen wo hab ich das hingetan so nehmen wir alles sicherheit mit so soll er weg tun ja ich wollte wissen was das hier ist äh bei wem probieren wir das jetzt ok du nicht aufheben so eh füttern mit bierstoff kann man die füttern ok gegenstand gegen kann man neue sachen erstellen cool cool dankeschön aber wir können die auch füttern sehe ich gerade wir haben noch so viel essen ne ich muss mal ausprobieren naja äh usain probieren wir es mal mit dem hier aufheben die füttern du willst auch bierstoff du willst auch bierstoff so setzen du bist wieder hier komm komm her so ok dann haben sie eigentlich alles das kann ich selber nehmen so sieht sie aus kein brennmittel mehr äh so hab ich schwer weggeräumt ok warum brennmittel das ist jetzt hingetan das essen das war unten hingetan nein ja so dass wir anstrengendes essen machen können ja hier Eisen die Eisen reicht dann brauchen laden hier so da bierstoff hier geht irgendwie nicht dann lassen wir das mal so gucken wir uns mal hier um hier 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 ist das Ja. Er sagt, er ist der Künstler der Arre... Arrena. Ich wünsche dir... Wettbewerber? Ein Halt? Ein Schmerz. Ein Libasio. Er möchte dich zu verdienen. Nein. Du kannst es überleben. Ich glaube so. Ich bin nicht sehr gut. Es ist eine gemeinsame Interpretation. Wir haben alle unsere Fehler. Okay, was ist das jetzt? Das ist eine Arena. Okay. Deine Belohnung. Okay. Gut. Okay, was ist das jetzt hier? Okay. Alle töten. Oder stirb. Okay. Ich habe nicht so viel. Und nicht. Okay. Wie geht das nicht? Oh. So kann... So kann... Irgendwie geht das nicht. Oh. No, 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 no. Wie viele Wellen gibt es denn? Wie geht das nicht? Okay, jetzt bin ich gestorben. Cool, gib dich zum Zug. Alles klar? Wie geil ist das denn? Okay, was ist das jetzt hier? Das sind nur solche Dinger hier, okay. Arbeit zugewiesen hier. Und du hast das ja. Okay, wir fahren weiter vor. Wieso ich jetzt kein Schild anlegen konnte, ist ein Wunder. Okay, es gibt auch Arena Camp. Gut. Aber mit so wenig Munition kann ich nicht viel anfangen. Oh, warte mal. Hab ich die eine Waffe jetzt nach oder hab ich die weggeschmissen? Das sind zwei verschiedene. Das eine ist ne? Was ist das denn? Okay. Was ist das denn? Was ist das denn? Ich kann nochmal nur zwei. Was ist denn meine Anfeuerwaffe? Okay. Okay. So. Haben wir noch einen Lerncontainer? Ne. Kann man nicht. So. Dann tun wir die da rein. Die braucht drei. Okay. So. Das wird die mit der Lader hin. Aber ich hab genug Munition. Muss nach oben reinkommen. Warte mal. Das will ich jetzt testen. Das tut mir doch so aus. schreibe so aber ich muss gucken was können wir jetzt neu forschen reißen das hinkriegen das bräuchte für das ist das so dann brauche ich das zeug brauche ich dafür ist mir auch genug haben herstellen danke aber was ist jetzt hier noch anlass schon wieder so wir sagen rückwärts vorwärts m okay dann sagen wir noch ein bisschen was wir brauchen sind glaube ich eher weniger rückwärts genug okay ich sehe gerade die folge ist wieder vorbei und dann würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten Folge wenn es euch gefallen hat könnt ihr ein Däumchen da lassen bis dann